Hey, Mann! Scheiße, ich hab's auch nicht. Ich hab's ja gewöhnt. Na, hey! Es ist so gut, dass es so dunkel ist. Ja. Aber ich bin doch der Meinung, vor zwei Wochen war es noch nicht so dunkel. Ganz schön. Ja. 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 Ich bin hoffen, dass ihr ein paar davon abstauben kann. Also ich hab schon mal den Julian und der Frank, dann ist das entwicklungsfähig. Die beiden hier vorne, die sind doch langsam. So und rechts rum zur Theke.